Solar Music war über weite Teile auch völlig improvisiert. Ich kann mich an eine besonders lange Version erinnern, Two-Act-Weißen-Noel. Unseren Bassisten wird schlecht zwischendrin, wir spielen weiter. Bassist geht raus, muss brechen draußen, zieht sich um, kam nach Viertelstunde wieder im Schlafanzug, sich seinen Bass genommen und hat weiterspielt. Der Bär, weiß er es noch? Das war der Bär. Das war schon reichlich durchgeknallt.